Guck mal an, Ossi! Oh, ist der süß! Sagen Sie mal, wenn Sie wirklich noch so an der Grenze das würde, wäre erlich. Was ist denn? Was ist das für Text? Das verstehen wir doch nicht, Herr. Genosse auch gefällt. Ich meine, wir haben doch nur Russisch in der Schule, oder? Was ist das, Mann? Des Hauses! Das ist die Birgit. Wir sind für gleich geschlechtlichen Sex. Oh, ja. Oh, Rinkenkeideweizen! Gewaltverlaub! Wir hatten einen Mann noch mal. Was brauchen Sie denn? Nein, Ihren Heilungbeutel. Geht doch nicht mit meinem Beutel, junge Frau! Bist du die Against? Ich bin auf der Flucht. Ausweis!